Gerade fand hinter dieser Wand eine geschlossene Dark Souls 3 Präsentation statt und wir konnten daran teilnehmen. Die gute Nachricht ist, Dark Souls 3 soll der Serie treu bleiben, aber es sollen viele Verbesserungen Einzug halten in die Serie. Es gibt unter anderem neue Schwertkampfanimationen, neue Schwerthaltungen, aus denen man spezielle Attacken schlagen kann. Aber auch die Welt soll sich verändern. Sie soll zwar düster bleiben, aber richtig coole und schöne Fleckchen bekommen. Sonnenuntergänge, weite Wiesen soll es geben und es soll schwieriger werden. Also very difficult, haben wir ganz oft gehört. Allerdings soll es dabei trotzdem für Einsteiger attraktiv bleiben und auch für Neuansteiger der Serie etwas bieten. Also uns hat es richtig gut gefallen. Die Grafik war noch nicht so ganz final. Man hat gemerkt, es ist noch eine Alpha-Version, aber das soll sich noch einiges tun. Und sie haben immer wieder darauf hingewiesen, man soll warten auf die Updates, die in den nächsten Wochen und Monaten kommen sollen. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Behaltet unsere Themenseiten im Auge. Wir berichten auch weiterhin über Dark Souls 3.